Hallo zusammen, mein Name ist Professor Bumbastik, das ist meine Kollegin Professora Bumbastik und zusammen sind wir im Bumbastiks Lab. Auch diesmal haben wir für euch ein super cooles Experiment bereits, und zwar die coole Summe einer E-Turbine. Allein durch die Kraft der Sonne wird der Propeller in Bewegung versetzt. Aber was ist Energie überhaupt? Energie bedeutet so viel wie Wirksamkeit ist, also eine Kraft, die etwas bewirkt. Energie kann man von der einen Form in die andere umwandeln. Ein Glühwürmchen ändert chemische Energie in Strahlungsenergie. Und ein Toaster zum Beispiel ändert elektrische Energie in Wärmeenergie. Das Feuerzeug? Chemische Energie, das Gas in Wärmeenergie und Strahlungsenergie. Bei unseren Sonnenenergie-Turbinen trifft das Licht der Sonne durch die Flasche auf das schwarze Papier. Dort wird die Energie der Sonne umgewandelt in Wärme und erwärmt Luft in den Flaschen. Warme Luft dehnt sich aus, wird leichter und steigt auf, trifft auf die Turbine und setzt sie in Bewegung. Gleichzeitig kommt neue Luft durch die öffnige Flasche und die Spähle fängt von vorne an. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir an die Arbeit! Und wir zeigen euch, wie ihr die Sonnenenergie-Turbine selber basteln könnt. Und vor der Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen wir jetzt, was ihr alles dazu braucht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir können jetzt einen ersten Test machen, in dem wir Turbinen in Bewegung bringen, nur mit der Wärme vor unseren Händen. Schau bei diesem Experiment, dass du die Sonneturbine an einen ganz windstillen Ort stellst, am besten sogar hinter einem Fenster. Das superlichte Propellerrad reagiert nämlich auf die feinsten Windstösse. Professor Bombastik und Professora Bombastik sagen euch Tschüss und wir sehen uns gleich wieder für ein weiteres Experiment im Bombastiks Lab.